Weltrekord laut Guinness Buch der Rekorde dieser Tage in China. Genau 1374 beleuchtete Drohnen waren hier unterwegs, hoch oben über der altehrwürdigen Stadt Xi'an. So viele in dieser Art, wie offenbar noch nie zuvor gleichzeitig am selben Ort auf Erden. Die Drohnen made in China wurden für rund 13 Minuten gleichzeitig in der Luft bewegt, verteilt über die Entfernung von etwa einem Kilometer. Bisher war die US-Firma Intel hier der offizielle Weltrekordhalter, mit einer Vorstellung im Rahmen der Olympischen Winterspiele dieses Jahres in Südkorea. Forscher und Technologen aus China scheinen dabei, auch auf diesem Gebiet Weltspitze zu werden und damit die Abhängigkeiten von den bisherigen Weltmarktführern zu verringern.